Oh Gott, ich fall gleich runter. Nein! Wo bist denn du? Hä? Bist du schon oben? Ja. Niemals. 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 Ah! Ah! Du hast sie! Ich bin zurück in meine Base gerannt, weil ich keine Blöcke mehr hatte. Oh nein! Was geht ab, Schoko? Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde Bad Wars 1 vs. 1. Hode gegen Fix. Hallo. Hallo! Bist du bereit, vernichtet zu werden, Junge? Ja, freilich, Alter. Ich hab mega Angst vor dir, weißt du? Ja, ich bin ein bisschen nervös. Du bist jetzt der Erste, gegen den ich Bad Wars spiele, der auch No-Shift und sowas ein bisschen kann und generell bauen kann. Ich kann doch nicht bauen, ich kann doch nicht No-Shift. Soll ich dich so komplett zerstören? Ja, komm, streng dich an. Schwitz jetzt bitte richtig rein einfach. So richtig brutal? Ja, richtig. Aber ohne Gold, danke. Ja, aber du musst ja auf 10 Minuten kommen, weißt du? Was machen wir denn da? Dann machen wir 20 1 vs. 1, dann passt das. Ja, okay, alles easy, weißt du? Erst mal 10 Mal Werbung schalten. Na ja, klar. Ich schwitz jetzt auch rein. Ich benutze sogar jetzt ein Eisenblock hier. Ich bin jetzt richtig assig. Ja, danke, dass du es mir sagst. Ja, kein Ding, kein Ding. Ja, super. Ja, ich kann dir das ja sagen, weil ich muss dir auch eine Chance lassen, weißt du? Ah, okay. Ja, stimmt. Das wird ja easy jetzt. Bis jetzt, ich hab gegen drei Leute gespielt, ich hab zweimal gewonnen. Ja, also pass besser auf, Junge. Aber ich hab schon ein bisschen Angst vor dir. Und es kann sein, dass du so ultra hart in dieser Weltwurstsuchtphase bist zur Zeit. Ja, den streamst immer so ein bisschen. Deswegen. Ja, schau. Und dann lernst du unglaublich schnell. Ja. Und ich fall zum zweiten Mal runter. Ich bin so ein inkompetentes Stuttgart. Okay, ich bin schon drei oder vier Mal runtergefallen halt so. Bauen kann ich immer noch nicht sicher. Ich fall immer runter, aber... Ja, okay, mach jetzt mal no-shift. Willst du mal sehen, wie man no-shiftet? Ja, zeig mal, zeig mal. Ich guck dir zu. Oh, ich hör's sogar. Alter. Ja, gut. Okay, jetzt muss ich mich auch weiterbauen, sonst killst du mich keinem. Ah, shit. Boah, ich hasse das, so hochzubauen. Ja, ich nicht. Das ist halt auch meine einzige... Ne, die verrate ich jetzt noch nicht. Ich verrate nicht. Ne, jetzt hab ich schon halb verraten, aber egal. Das ist deine einzige Taktik, so hochzubauen, wie es nur geht. Ja, so ziemlich. Und dann zu stompen, ja. Einfach nicht. Du hast ja gerade noch gestreamt. Ich hab noch gehört, du meintest so, boah, ich hasse diese Stomper. Und ich denk so, oh, äh... Ja, oh, scheiße, Alter. Ups. Der ist aber das Schlimmste. Als ob du dann eine One-Line jetzt baust. Eigentlich doch nicht. Ja, ich seh dich. Ich bin auch über dir. Oh, shit. Oh mein Gott. Alter, aber wir spielen ohne Gold, oder? Ja, genau. Du kannst dir auch was holen. Du kannst auch Bo-Spammer machen, wenn du möchtest. Kannst auch ein Bo-Spammer sein. Aber es kommt da nicht so gut an, weißt du? Als ob ich Bo-Spammer gegen dich tun lassen. Ja, doch, ich glaub schon. Ah, ich glaub, du hast uns keine Chance. Leute, schreib mir jetzt in die Kommentare, wer gewinnt, ja? Ja, schreib Hashtag Fix oder Hashtag Ryan, ja? Nee, für mich schreib bitte Hashtag Schokolade. Und für Fix Hashtag Backfisch oder sowas. Hashtag Backfisch und Hashtag Schokolade. Genau, wer wird gewinnen? Irgendwann bring ich auch den Merchandise raus. Ja. Und zwar Backfisch-Merchandise. Das wär natürlich nice. Da, jetzt pass auf, Junge. Pass auf, Mann! Oh, shit. Oh, du hast sogar eine Kiste platziert, ne? Nein! Ich muss meine Taktik überdenken. Was ist denn deine Taktik? Verrat mal, erzähl mal. Ich baue jetzt meinen kompletten Weg weg, dass du nicht mehr zu mir runterspringen kannst. Nein, bitte nicht. Und dann eine One-Line zu mir rüber, ne? Yes. Nein! Hi, Ryan! Hi! Tu's nicht! Ich brauche den Weg! Ich brauche nicht so viele Blöcke, die muss ich alle wegbauen. Oh mein Gott, was? Oh! Als ob... Komm schon! Was, du bist nicht runtergefallen? Oh, ich dachte irgendwie, da wäre die Leiter zu deinem Bett. Aber da ist ja eine Kiste drüber. Das ist nicht so nice. Er kriegt schon Angst fix, hm? Ja, schon so ein kleines bisschen. Kannst du mich jetzt einfach mein Ding wegbauen lassen? Das wäre sehr schön. Nee, weil ich brauche diesen Weg noch, weißt du? Ich brauche den noch. Sonst muss ich mir ein Copweb kaufen oder so. Das geht ja auch nicht. Ja, mach doch. Nee, dann lande ich da drin und du killst mich einfach. Copweb ist mittlerweile anerkannt von den ganzen Battle Wars-Youtubern, habe ich gesehen. Die zocken alle mit Copweb-Bets, weil, keine Ahnung, Notback funktioniert nicht oder so. Dann mache ich das jetzt auch. Nein! Ich wäre genau da drauf gelandet und hast den weggebaut. Wie geil. Ja gut, wenn das so ist, dann muss ich mir Copweb kaufen jetzt. Digga, meine Taktik ist die beste Taktik in Battle Wars überhaupt. Die ist halt wirklich gut. Hast du schon mal so eine gute Taktik gesehen? Nee, noch nie in meinem Leben. Beste Taktik der Welt. Und Spaß. Auf jeden Fall. So gewinnst du jede Runde in Battle Wars. Legst du mir gerade die Titel vor, oder was? Ja, natürlich, so ein bisschen, weißt du. Das ist mein Job, so als Aufnahmepartner. Ah, ja. Du musst immer so ein bisschen die Titel rausgruppen. Das ist nett von dir, das ist nett von dir. Leute, für diese Ehrenaktion könnt ihr auch mal bei FIX vorbeischauen. Ja, oder meinen Like da lassen, Leute. Genau. Was soll denn das? Like doch mal. Oh mein Gott. Komm, Alter, aber, right? Das ist auf jeden Fall. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott. Kommt der mit dem Schwert, Alter. Nein! Ich habe da auch die Knockback-Stick irgendwie verwenden können. Jee, jee. Alter, aber du bist echt besser geworden, Junge. Ja, danke, danke. Ich habe geübt. Was ist denn das? Ich habe geübt extra hier. Ja, ich denke mir schon so, yo. Was geht denn jetzt? Schafft einfach den Blocker, äh, den MLG? Ja, gerade noch so Ansage, weißt du? Dich ziehe ich locker ab. Oh, nice. Fuck, nein! Ich wette mit dir, ich verliere diese Runde. Ich weiß nicht. Aber ich hatte damals gesehen, gegen Caption Games, hattest du tatsächlich verloren, ne? Das war einfach nur Luck, weißt du? Pass auf, jetzt kommt der Stomper. Komm, mach den Stomper. Okay, nein, habe es verkackt. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Flieg runter. Nein, komm schon. Vor allem, die Kiste abzubauen, wird nochmal zehn Jahre dauern, so. Ja! Oh, komm schon. Nein, wie lange dauert das denn, eine Kiste abzubauen? Was ist das denn? Okay, ich muss nicht zubauen. Das geht nicht. Okay, dann streng ich mich mal an. Streng dich an, das stören mich jetzt bitte. First Rush, okay. Okay, oh, okay, okay, jetzt bin ich gespannt. So, ich muss erstmal wieder deine Scheiße hier wegbauen, sehr schön. Ist das schon da? Nein, du ist nicht, nee, nee. Ich muss gerade Copwebs kaufen. Aber du hast einen Eisenblock, ne? Nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Nein, ich doch nicht. Aber eine Kiste, das ist natürlich gut. Nächstes Mal muss ich eine Kiste verwenden. Hi! Du hast immer ein Schwert dabei. Ja, weil ich Copweb kaufen musste wegen dir, damit ich runterspringen kann. Und dann muss ich das ja auch abbauen irgendwie. Deswegen habe ich ein Schwert mit. Eigentlich nehme ich immer nur Knockback-Stick. Oh, oh. Wobei, warte, dann habe ich eigentlich gar keinen, nein, gar keinen Bock drauf. Holy shit, Alter. Ah ja, ich habe dir gar nicht erzählt, wir spielen Best of Three. Echt? Ja. Als ob. Aber das kann dir jetzt ein bisschen dauern hier. Alter, wir spielen Best of Three spielen. Doch, doch, doch. Best of Three. Ja, okay. Dann klatsch ich dich jetzt weg. Ja, deswegen. Und dann noch zweimal Fast Rush. Okay. Oh, Ansage ist raus auf jeden Fall. Oh, shit, da müsst ihr ja schon. Auf jeden Fall, Alter. Scheiße. Schau, wer bin ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, hilf mir, bitte. Oh, falsche Dingens. Nein! Ich bin jetzt gerade komplett verwirrt. Ich weiß nicht, was dick ist und was schwer ist. Auf welcher Taste ich das habe. Wo du spawnst. Nein. Nein! Okay, ciao. Scheiße, ich glaube, das war es jetzt. Ich muss noch kurz warten. Oh, komm schon, flieg runter. Was? Oh, yes. Was? Okay, nice. Halt's auf, Alter. Yes, easy. Ey, nein, nur weil ich keine Picke dabei hatte, ist doch mega fies. Ja, was nimmst du auch keine mit so? Hast du noch nie Bad Wars gespielt oder was? Ey, Mann, ich brauche keine Picke für dich, weißt du? Ah, okay. Ich habe mir drei Helme aus Versehen gekauft, damit ich dreifach geschützt bin. Bist du jetzt Dead Adam? Was hat das mit Dead Adam zu tun? Für die Hydra, Alter. Ach so, ah, ja. Okay, ja, stimmt. Superbrand ist wieder zugeschlagen. Mein Mundschutz fehlt noch. Alter, schau mal, hier geht's ab. Nee. Nein, was? Tschüss. Ich wollte einen Vlogger mit dir machen und genau da war eine Lücke im Weg. Ah, das ist natürlich unlucky. Aber weißt du, wie man das auch nennt? Ausrede. Ausrede? Ja, Ausrede. Weißt du, wie man deinen Loosen gleich nennt? Wie? Verdient. Alter, warum bist du so gut geworden seit wann? Oh, scheiße. Ja, ich habe letztens YouTuber vs. Zuschauer Stream gemacht und viereinhalb Stunden und seitdem kann ich es jetzt hier, easy. Okay, ciao. Was? Nee. Oh, nein. Das ist zu intens für mich. Aber weißt du, was ich dabei habe? Cobweb. Nö, ne Picke. Oh! Das gibt es ja nicht. Als ob wir ein Best of Freeze spielen, das dauert ja fünf Jahre, Mann. Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Aber das dauert gerade schon ziemlich lange so. Wir können auch sagen, alles oder nichts in dieser Runde. Ja, schon oder nicht. Okay. Aber bei, jetzt verlierst du das safe-core. Dann schwitze ich jetzt noch mehr. Ja, okay, dann schwitze ich noch mehr. Nee, ich schwitze noch mehr als du. So, erst mal Gold safen. Ja, das können wir schon. Oh, das macht es nicht runter. Yes! Ja, komm. Wenn ich gegen dich gewinne, dann bin ich der beste Bad Wars Spieler der Welt. Eindeutig. Ja, auf jeden Fall. Hi! Was machst du denn? Oh Gott. Dich runtergecken. Was? Ich weiß aber auch nicht, wo du spawnst, ist die Sache. Nein! Nein! Als ob du überlebt hast. Nee, habe ich nicht. Nein, Alter! Genau! Oh mein Gott, bitte! Verpiss dich! Ich habe richtig Angst gerade. Oh, ich habe es aber. Nein. Yes! Was? Oh mein Gott! Willst du zerstören? Hm? Ja, kann man, kann man. Oh mein Gott. Komm schon. Oh, shit. Aber ich glaube, ich habe jetzt gewonnen. Ich glaube, ich werde jetzt gewinnen. Ja, ich glaube schon. Du bequipst dich jetzt wahrscheinlich so richtig krass, ne? Nein, ich doch nicht. Vielleicht kommt das mit dem Bogen an. Ja, ja. Scheiße. Ich habe auf jeden Fall nicht ernst gespielt, nur mal so, Leute. Ja, klar. Kurz mal erwähnt. Ja, ich werde jetzt, ich, das ist alles okay. Ich werde angehender Bad Wars YouTuber, deswegen ist das okay. Ah, okay. Ja, nice. Ja, machst du nächstes Video bitte Breezeley oder so? Nee, nee. Ich werde der Bad Wars YouTuber, der nur One-Click macht, aber trotzdem alle zerstört, weißt du? Oh nein, hat er sich Rüstung geholt. Oh, ich backe die ganze Zeit rum. Holy shit. Ich sehe schon. Oh mein Gott. Okay, du stirbst aber, oder? Komm schon. Nein. Oh mein Gott. Geil, ich habe jetzt auch Rüstung. Ja, das war es gleich für dich, glaube ich. Niemals. Niemals. Doch, doch, doch. Nie im Leben. Nie im Leben. Ich denke schon. Ich bin mir schon ziemlich sicher eigentlich, dass ich jetzt gewinne. Oh mein Gott. Ich würde sagen, zu 99 Prozent. Ich spiele aber nicht die erste Zahl, ne? Nur mal so, by the way. Ja, kannst du machen, kannst du machen. Es ist ja auch gerade eine Alles-oder-Nichts-Runde, ne? Scheiße, Alter. Es war so klar, dass ich verliere, Alter. Oh mein Spaß. Ja, weil du vorher so eine Ansage gemacht hast, ne? Das ist Karma, nennt man das. Ah, stimmt. Aber was ist, wenn ich dich jetzt trotzdem aufs Übelste auseinandernehme? Dann, ähm, deabonier ich dich. Ja, okay, viel Spaß. Ab wiedersehen, Ryan. Ach, Junge. Tu es nicht. Bis du oben bist, bin ich schon längst oben. Ah, weiß ich nicht. Oh, fuck. Oh Gott, ich fall gleich runter. Nein! Wo bist denn du? Hä? Bist du schon oben? Ja. Niemals. Niemals, niemals. Ah! Ah, du hast ihn! Ich bin zurück in meine Base gerannt, weil ich keine Blocke mehr hatte. Oh nein. Ich hatte richtig Angst. Du kannst die ja nicht bringen, Alter. Oh Mann. Wie du einfach runter springst, voll Equipment. Nein. Fuck, ich hab nicht genug Eisen, um mich nochmal zu Equipment. Ja, Ryan, ne? Oh Mann. Nein. Egal. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Ne, haben wir nicht. Doch. Oh nein. Ja, egal. Ich renne jetzt einfach immer wieder auf dich zu und kill dich irgendwann, weißt du? Ja, okay. Mit der Faust einfach, bis du stirbst. Ah, okay. Ja, nice. Mach mal. Ja, mach ich, mach ich. Im Glück hab ich Haltrenke dabei. Och, ne, das ist doch ein Scherz. Oh Gott, oh Gott. Nein. Hi. Hallo. Alles klar bei dir? Ich muss kurz überlegen, wie ich's mach. Okay. Ich muss dich einfach, ich werde dich jetzt so stark schwächen, dass ich dich gleich mit der Faust kille und das wird peinlich für dich dann. Das wird peinlich für dich. Pass auf. Jetzt. Nein. Oh. Ja, ja, ja. Oh, yes. GG. GG. Was? Yes. Yes. Ich hoffe, ihr habt Hashtag Schokolade in die Kommentare geschrieben, Freunde. Oh mein Gott. Wir können auch noch ne Revanche machen, wenn du willst. Aber das war schon krass. Ja, okay, lass eine Runde Revanche machen. Okay. Ich weiß nicht, ich wollte halt einfach ne Chance lassen, weißt du? Ah, okay. Ja, ich geb dir das Geld nachher für den Win, okay? Ja, okay, sehr gut. Okay, ich spiel jetzt wirklich hundertprozentig ernst. Ich hab zu viel Scheiße gebaut. Deswegen konntest du mich zu euch bedrängen. Okay, ich bin gespannt. Das war auf jeden Fall schlecht von mir. Aber du bist echt sehr gut geworden. Danke, danke. Habt ihr das gehört, Freunde? Ich bin besser geworden, ja? Weil mir wird immer gesagt, ich bin scheiße. Brian X Cole, Bad Wars YouTuber, 2038. Du meinst 2018, Junge? Bald geht's ab. Bald geht's los, Alter. 100K, ich kann sie schon riefen, Mann. Ja. Ohne Spaß, ey. Ich bin der größte Bad Wars YouTuber der Welt, Mann. Ey, ohne Scheiß. Mit Bad Wars Content kannst du halt einfach eine Milliarde Abos machen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist halt einfach. Nein, ich glaub nicht. Aber ich glaub, das ist... Oh mein Gott. Mein Blog hat sich weggepackt. Ich glaub, Bad Wars YouTuber, da bist du gecappt bei 100.000 Abos oder so. Ich glaub, da ist das Ende. Ja, ich glaub, 150.000 sind vielleicht auch noch drin, so. Ja, vielleicht. Aber... Ich glaube, du bist schon da. Ist schon sehr, 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 sehr begrenzt, denk ich mal. Ja, das stimmt. Und wenn der Hype vorbei ist, dann bist du dann halt komplett am Arsch, so. Denn dein Hype ist vorbei. Ja, ich bin aus Versehen runtergefallen. Oh nein. Oh, oh. Das war's jetzt für dich. Das war's. Ich hab zwar noch keinen richtigen Weg gebaut, aber du bist jetzt tot, Junge. Oh, scheiße. So witzig nicht, Ryan. Guck mal hinter dir. Ich bin bei deinem Bett. Ich bin in deiner Base, Mann. Doch. Ich baue noch nicht mein Bett ab. Doch, und... Oh, dein Bett wurde zerstört. Easy. Schade, du hast das Spiel verloren. Tschüss. Ja, oh, hi. Ich hatte auch Angst vor dir wegen deinem Halloween-Skin. Du hast einen Respawn-Code, ne? Was? Oder? Du respawnst so ultra schnell. Ach so, ja, ja. Ich hack. Oh, shit. Nein. Oh, nee. Och, nö, och, nö, och, nö. Nein, tu's nicht. So, sorry, mate. Oh mein Gott. Was mach ich für den Scheiß? Hast du das gesehen? Ja, was war das? Ich wollte eigentlich mich höher bauen, aber ich konnte irgendwie keine Blöcke setzen. Das sah gut aus. Ich hab ein bisschen Dance für dich. Weißt du, das musst du jetzt mit Musik einblenden. Okay, mach ich. Kleiner Rückblick mit einem schönen Filter drüber. Kriegen wir hin. Komm ran, Junge. Oh, shit, du bist ja schon da. Nein, wenn ich jetzt runterfalle, war es das schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, alter, stompen. Holy shit. Ja, das ist auch das Einzige, was ich kann. Oh, bitte, 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 bitte. Was? Ja. Komm schon, nein. Ich flieg jetzt locker noch irgendwie alleine runter oder so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Nein, als ob ich den Block selber nicht geschafft habe. Puh. Alter, okay. GG. GG. 1-1 dann insgesamt. Komm, wir belassen uns jetzt bei dem 1-1. Das ist doch das Netz. Wenn ihr noch mal eine Folge sehen wollt, wo wir das letzte Finale-Match spielen, dann lassen wir das. Bei 10 Likes, Alter. Oh, bei 10. So viel. Oh, ob wir das schaffen vorne, ich weiß es nicht. Oder 11, Alter. 11 vielleicht sogar auch. Ja, okay. Bei 11 gibt es eine Revanche auf jeden Fall. Bei 11 Likes. Okay, bei 11 Likes, Alter. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Schaut doch bei fix vorbei, Leute. Und ja, lass eine Bewertung da. Oh, du bist gruselig ein bisschen. Gut. Wir sehen uns hoffentlich bei einem anderen Video wieder. Ciao. 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 Ciao.